Was ist denn das jetzt genau geradezu? Für Ob man hier irgendwie unterholtisch noch irgendwie anders ran? Ah, es kann sein, dass man die auch nur in so einem, in einem, in dem Moment holen kann, wo man diese Arena-Kämpfe macht. Ah, okay, man muss hier die Grabstände umschmeißen. Die hier. Die hier. Oh Gott, ey. Die müssen eigentlich alle gewesen sein. Da noch irgendwo eins. Zunächst mal der Farbsatz. Ich muss hier noch einen übersehen. Was müssen eigentlich diese großen, ähm, Farbstände sein? Da ist einer. Ja. Herzteil. Wenn es wirklich ein Herzteil ist, hat es hier nichts gelohnt. Sehr gut. So, und dann hier weiter unten, da geht's anscheinend noch runter. Ah, eins von den drei Gräber, das mittlere. Oh, und dann ist irgendwie wegschieben. Ah. Da, 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 da. Äh. Oh, nice. Wettbewerb, no low shots of our language. Prepare for the right warrior thrashing. Prepare for the right warrior thrashing. Attack. deviating with the right warrior thrashing. No, 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 no. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn nicht verletzt. Oh Gott, was knapp. Oh man, so jetzt zu Ulfane und dann kriegen wir die Armageddon Blade. Ich hoffe dann wir noch Vayne, damit wir da auch demnächst alle vollständig haben. Was haben wir denn allerartig verständigt? Ne, wir haben nicht allerartig verständigt. Jetzt fehlt jetzt noch der große und sonst fehlen hier noch zwei ganz kleine. Hier fehlt uns noch einer. Einer. So und wir laufen jetzt auch nochmal durch, weil hier sind auch noch Drohnen. Hier kann man Teleport machen. Aber bis wohl. Man. 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 Täd, Täd, Tän. Vielleicht suchen wir hier rüber noch was? Auf jeden Fall in die Richtung sind die Drohnen. Vielleicht kann man sogar eine sehen. Ahhhh. Ahhhh. So, jetzt wieder zurück Na komm Sellt er sich denn nicht fest? So, mal gucken was jetzt hier drin ist Greater Rage, oh man Solches, was man wirklich braucht Vielleicht zumindest kaum benutze Wie sind denn solche Dinge so gut versteckt? Ich hab jetzt gehofft, dass da die restlichen Teile für die ein bisschen Armor drin ist oder was? Ich hab jetzt gehofft, dass da die Rage nicht mehr so gut versteckt Ich hab jetzt gehofft, dass da das ganze Teile ist Ich hab jetzt gehofft, dass da die Rage nicht mehr so gut versteckt Und he goes. So, na dann. Dann zu Orthain. Ähm, was ist denn hier am nächsten? Da. Wieso genau kann man da rüber? Ach komm. Irgendwie wollte das nicht aufploppen dieses... Kann sich übrigens festhalten. Drücke diesen Knopf. Das müsste dann hier auch das letzte Viertel sein. Wobei er vielleicht ist vorletzer. So. 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 Und wie gesagt. Wenn wir jetzt die Dinge haben, dann mache ich aber erstmal noch eine Pause. So. 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 Io. So. I have a wait for this. My greatest work Until now My greatest work Untertitelung des ZDF, 2020 So geht das! Armageddon Blades! Nein, ich kann da keinen Upgrade noch machen! Oh, das ist mal Level 4, okay! Armageddon Blades! Armageddon Blades! Armageddon Blades! So, und wie gesagt, jetzt mache ich dann erstmal eine Pause, um mir was zu trinken und schlage in Ruhe nach, wo diese ganzen verdammten Dinger sind, die uns noch fehlen. Uns fehlen noch zwei Soldier-Dinger. Ich glaube, das letzte hier ist einfach der Endboss. Uns fehlen noch hier zwei Legendaries. Uns fehlt noch hier was. Und uns fehlen zwei Abyssal-Armor-Pieces.